Ich finde, dass dieser Sieg heute war sehr wichtig für uns. Normalerweise haben wir immer verloren in den letzten zwei Minuten gegen den Kur, aber heute haben wir das umgedreht und ich denke, dass es sehr gut für uns ist, wenn wir nachher wieder im Club Halbplan gegen sie spielen. Wir haben heute eigentlich ganz viele Sachen besser gemacht als letztes Mal, wenn wir gegen sie gespielt haben. Wir haben vor allem wirklich als eine Mannschaft gespielt und ich habe heute keine Nervosität gesehen und das ist richtig super. Ich erinnere eigentlich nicht, wenn wir letztes Mal so viele Emotionen gezeigt haben am Schluss von einem Spiel. Wir kriegen vielleicht eine Verletzung, ich hoffe wirklich nicht. Da gehen wir runter, aber wir stellen nachher wieder auf und wir machen es so gut.